Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel bei richtig guten Wetterbedingungen. Wolf Fuss und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und werden sie durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und das gibt Abstoß. So werden die Gastgeber beginnen. Der Torwart ist heute Alex Meretz. Stanislav Lobotka steht im Zusammenspiel mit Piotr Zilli. Das ist die Chance. Gehalten! Amir Rahmani. Starkes Tackling hier. Sie müssen den Ball abgeben. Kvaratskelia. Sie machen da schön Druck. Cameron Carter-Vickers. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Kvaratskelia. Kvaratskelia. Orsimen. Kvicha Kvaratskelia ist das. Da verlieren sie den Ball. Ja, geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Orsimen. Das ist Stanislav Lobotka. Schöner Block. Gefahr ist aber noch nicht bereinigt. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl. Technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott war das knapp. Eider. Oh, Ballverlust. Kvicha Kvaratskelia ist das. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Wichtig, er holte Ball. Keller McGregor. Das war eng, aber er hat ihn. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt wäre Platz zum Kontern. Kvaratskelia. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da ist er da. Guter Zweigampf. Er hat den Ball. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Ganz alleine die Chance. Ja, ja, das ist Abseits. Der Pass kommt zu früh, aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. Amiramani. Sambuanguisa. Quaratskelia. Das ist Ossiman. Am Ball jetzt Quicher, Quaratskelia. Den Zweikampf führt er sehr gut. Calum McGregor. Paolo Bernardo. Paolo Bernardo. Gutes Take-Ling hier. Abwehrverbund steht hinten drehen. Jetzt lassen sie sie erst mal kommen. Calum McGregor. Riesenchance. Endlich fällt hier das erste Tor. Lang genug hat es gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren. Denn sie müssen reagieren. Und jetzt sehen wir endlich das erste Tor. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Zielinski. Stanislaw Flobotka. Ball geht an den langen Pfosten. Das Tor kann natürlich nicht zählen. Wissen Sie ja auch, das ist Abseits. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Klare Entscheidung. Das hat, glaube ich, zumindest jeder gesehen. Mit dem Nr. 17, Matias Oliveira. In campo. Mit dem Nr. 6, Mario Ruiz. Cameron Carter-Vickers. Calum McGregor. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ballverlust jetzt erst mal. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Aus ihm hin. Stanislaw Flobotka. Piotr Zielinski. Riesenchance. Da ist der Ausgleich. Ist das spannend hier. Jetzt ist alles möglich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Es werden noch mal zwei Minuten draufgelegt. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger. Geschwindigkeit. � buffer.